Ach Herr Hunsdorfer, wenn Sie wüssten, dreimal hat man die gnädige Frau, die so heißt, wie das Einrichtungs-, also wie das Haushaltswarengeschäft schon sagt, ich soll mich bei Ihnen ermelden. Und schon wieder stehe ich da, krank, wie ich bin, verzweifelt, weil schon vor über fünf Tagen hätten wir eigentlich wissen müssen, dass ich am 1. Juni wieder bei der WGKK bin, aber das bin ich nicht. Und wenn man, wissen Sie, die Glasfaser vom AMS, die sind irgendwie so verwirrt und vernudelt, da geht nichts mit Gewichtgeschwindigkeit, sondern nicht einmal mit Schneckenpost-Alert durch. Und ja, ich stehe halt da und warte blöd und habe mir gedacht, ich sage mal, grüß Gott zu mir, um mich einmal bei Ihnen vorzustehen. Also wie gesagt, Herr Minister Brottinger, lieber Herr Minister Hunsdorfer, und ich hoffe, wir hören und sehen uns auch eines Tages persönlich. Das ist ein sehr, sehr schwieriger, feines Kleiner, aus der AMS-Rädergasse-Zweckstelle, Super-Kultral-Alert.